noch einen erwischt ich versuche mich zu dir vorzukämpfen ja ich sehe aber gerade auch keine feinde hier also scheint man alles gerade trocken zu sein doch hinter mir hinter mir ja 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 macht das nur in sicherheit darauf der steht hinter der tür da kommt das nächste auto und die wollen mich verborgen alles gut markus kommen wir nicht um mich ich bin wieder dabei noch ein ich habe auch ein wo ist denn der so kommt die im wohn auf einmal her da oben ich hätte sie bald ab bald abgeschossen da bist du ich habe von ihnen jetzt mal ein bisschen was aufgeräumt alter ich muss jetzt ein bisschen aufpassen ich glaube ich glaube da ist ein heli vorsicht heli ja weißt du was das blöde an der sache ist ich habe keine keine granatenwerfer moni mehr eine scheiße um den runter zu holen meinst du ja noch einen scheiße kommt er denn noch her auch hier drin ist auch noch einer mann ich habe so schön aus dem rücken rausgegangen habe ich gesehen noch ein bisschen pass auf geradezu bei dir auf mit einem getrickautomat jawohl der heli der macht mich gerade alle jawohl wir haben es aber wir haben es geschafft und ich bin dort aber schön jetzt müssen wir nur noch alle die noch da sind töten doch ja ich bin hier unten jetzt muss glaube ich einfach nur am leben bleiben oder sonst ist vorbei ich bin aber in drei sekunden wieder da 321 jetzt bin ich wieder da also zur unterstützung wird schon das buch war hier jetzt bin ich aber ja alles gut das problem ist dass der heli immer noch da ist ja ich habe schon gesehen ich heiße kann ich nicht retten weil ich beschossen werde gerade von dem scheiß heli ich habe gerade meine idee wartet mal ich werde mal kurz was versuchen ich weiß nicht ob es klappt noch ein heli ja genau ja steigt mal steigt mal hinten ein kann sein dass man den schießen irgendwo kann man denn beschießen wo ist denn der ist über mir über dem haus ja der ist direkt über mir ja drehe dich mal ein bisschen warte ich schiebe auf den heli heli tot ich habe den heli gerade abgeballert sehr geil wo man hinten schießt weißt du aber das war der wo ich vorne schießen musste hier oben ist der muni kiste ich hole jetzt erstmal das dokument von da hinten ja ja da hinten ja 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 das auto was wir hier nach was wir hier stehlen können es gibt punkte ja mal hier muss immer noch ein feind sagen ach so das sind nur infopunkte ist kein dokument okay oh geil hier läuft einfach noch ein zivilist rum auch geil was habe ich verpasst ja warum in sicherheit ist doch quatsch sind hier noch ein feind hier hinten liegt noch ein scherblichkeitspunkt falls in dem und auch ich weiß von einem kartell hi 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 oh sorry das war ein teil wir schalten sie wieder aus leider war so wie geschossen kam sie will jetzt um die ecke da bist du nachdem er sucht hier schon wieder streit oder was guck mal her hier für jetzt was er ist immer noch einer ja einer die jetzt ist er tot da kommt wieder ein auto gut naja das hat oder diese komischen torbogen und feind dann haben wir jetzt kurz noch schnell geholt ja wir könnten jetzt hier mit dem einen auto weg fahren das gibt noch ein paar punkte äh genau du brauchst du waren da in fähigkeitspunkt fähigkeitspunkt weiter irgendwo ich stehe den nehme ich mal mit der kann man er ist erledigt hier bei der bar ja da war da ist ja ich frage mich halt nur gerade ich habe die aufgesammelt aber ich kann trotzdem nicht 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 leveln da steht ja drin zwei fähigkeitsverfügbar und so oder verfügbar steht ja aber es geht trotzdem nicht ok achso nur da wo verfügbar ist ja genau da steht der körper zum beispiel hier und dann ein fähigkeitspunkt verfügbar dann kannst du das kaufen und so so jetzt habe ich es so sehr gut es ist jetzt schon wieder hier gut party gemeinde die scheiße gerade nicht auf kohle so hier sind noch ein paar feine bekommen irgendwo ja da kann man draußen ja die stelle ja ich habe mal eben die drohne aus genau pack mal aus hier nehmen wir den den einen hat erwischt ich glaube das war das auto können wir jetzt hier stehen ist nämlich keins mehr rot nee ich hatte mich da eben einmal kurz reingesetzt bevor der kaputt ist dass wir die punkte haben das war der hier weil da hätten wir eh nicht zuviert reingepasst ach der der lamborghini ja ja oh ein g36 hier ist noch ein hübsches auto so haben wir noch irgendwas gerade in der nähe also das gehen wir hier an die aufklärungsdaten würde ich sagen wir sitzen schon mal stecken ist so anstrengend ich werde fahren so wohin geht es jetzt keine ahnung habe ich markiert ja das sehe ich aber nicht was also ich sehe ich sehe keinen weg ich sehe zwar dass das markiert hast aber ich sehe halt keinen habe ich jetzt mal auch nicht keine strecke du bist aber richtig weiter geradeaus ja ja ich sehe es hier rechts gleich ja aber sind gegner vor ja würde ich sagen in der nähe mal stehen bleiben der weg war aber jetzt weiß markiert oder blau oder was auch immer das ist ja aber ich habe es nicht gesehen nur du da kommt ein rotes auto auf uns zu in den anderen auch sehr gut aber da muss noch mehr wo sein links vor allen dingen Der chillt hier einfach auf der Liege, saugeil. Hast du damit geschossen? Ach, interessiert mich nicht, die Sonne ist gerade geil. Ja, genau so. Vorhin ist immer noch einer mit dem Moment. Ich habe einen erwischt. Sehr schön. Hinter uns kommen welche, ne? Ja, ich bin... Oh. Ziel Nummer 5. Mach lieber den Montag für Arschloch. Ich werde mal die Unterlagen mitnehmen. Yeah, Aufklärungsexperte. Neuer Einsatz der Politiker. Das wäre... Haben wir kein Story wegen mehr gerade? Warte mal, wir sind jetzt hier. Ist das Story? Ja, jetzt haben wir den Punkt. Okay, erinnert weg. Ah gut, da ist dann die Story. Ah, okay. Das ist die ganze Story-Mission. Okay. Da könnte man näher da noch weitermachen. Danach. Das war jetzt ein bisschen nach und nach. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch danach so direkt die Story-Missionen mal wieder wollen. Ja, genau. Überfahre mich einfach. Gegenüber sind auch wieder Feinde. Was macht der denn hier mit dem Auto? Ich weiß es nicht. Darf ich den erschießen mit seinem komischen Autor? Was seid ihr überhaupt? So. Taxi. Jetzt sind wir anderen markierten, ja? Theoretisch, ja. Komm ich da hier überhaupt lang? Ich glaube nicht, ne? Ne, 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 du musst quasi vollkommen. Ah ja, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es gerade voren, rechts. Okay, ich sehe es, ich sehe es. Okay. In diese Richtung. Ui! Da kam übrigens eine Zivilist. Entschuldigung. Wie Corona. So. Da scheint wieder eine kleine Grenze zu sein, also ein bisschen vorsichtig. Checkpoint, ja. Warum ist es ein Heli, der rechts um... Ah, jetzt war wieder diese Polizeihelis oder so. So, ich halte hier an, ne, 200 Meter ungefähr, hast du ja gesagt. Da ist einer an der Hütte rechts. Ja, aber das ist so der eine. Ne, in jedem Häuschen sitzt einer. Ja, I see. Ich gehe auf den links. Hat er jetzt abgemacht. Ach, da ist so ein Bürgernehm. Nebeneinsatz. Habt ihr rechts? Ja. So, Digga. Papin? Ja. Ja. Der erste Schuss ging zwar mal komplett daneben, aber... Ne? So, was finden wir jetzt hier? Hier ist noch ein Nebeneinsatz in der Nähe, der ist ganz schön knackig. Den haben wir zu zweit noch nicht geschafft. Zerstöre das Casino. Machen wir den danach. Machen wir den danach. Okay. Erstmal Casino oder was? Ich würde den Mörter erstmal machen und danach Casino. Okay. Ja, wir stehen direkt 100 Meter weg oder so. Also da müssen wir jetzt im Prinzip gleich dieses Signal starten und dann kommen die aus allen Ecken und Enden und wollen dieses Ding verteidigen. Achso, verteidigen. Genau. Das ist echt. Also zu zweit ist es echt knackig. Also wir haben es bis jetzt zu zweit noch nicht geschafft. Okay. Gut. Ja, vielleicht, dass sich irgendwie jeder auf eine Richtung irgendwie konzentriert. Aber vielleicht erstmal Positionen ausmachen, wo wir uns dann auch hinhoffen. Genau. Wir sind auch nochmal Nachschub. Dass sich vielleicht jeder an eine Seite von dem Haus oder sowas hockt. Wir wollten auf jeden Fall in das Haus gehen oder was? Nicht unbedingt. Kann man hier auf das Haus? Warte mal. Ich habe jetzt eigentlich mich hier hinsetzen wollen. Aber man kann leider nicht aufs Dach. So, ich hoff mich auf die Kisten. Ja. Mach das. Wo ist Yvonne? Im Haus hier bei mir. Okay. Ich bleibe dann hier außen, außen am Haus noch stehen. Ja, aber dass ich da schade, seid ihr ziemlich offen. Also links von mir quasi. Starte nochmal. Ich haue mich hier an den Gabelstapler. Okay. Ja. Zwei Minuten. Haben wir doch gerade eben auch schon mal geschafft. Da so. Die ersten kommen von der Rückseite von uns. Mhm. Also von rechts quasi. Seht das Auto hier unten. Das ist die Karre konnte ich mit dem Granatwerper machen. Dann macht das doch. Weil der da ist. Und jetzt kommen wir die Rückseite wieder auf einmal. Ich habe außerdem falschen Knopf gedrückt. Sorry. Ich weiß nicht. Von oben kommen auch welche. Nach Wasser kam aber hier drin. Sind das auch Gegner da oben oder was? Ja, die kommt von allen Seiten. Weil die mir gar nicht als rot markiert werden. Ja, ich wollte voll verfallen entdeckt. da oben oben links ist auch da einer habe ich ja rückseite sind welche hinten von der straße kommt auch mal welche ist hier noch nicht ach da bist du kollege habe da wurden sie heute sowas mit irgendwas werfen gerade aber ich habe noch mehr feindungen der nähe das sind denn hier die anderen sachen hier oben hängt noch einer am haus ich habe sie gefunden kann hatte fliegt ein hat der folge so liegt da oben wenn das mal welche ja jetzt war die granate kam hinterher und einer ist auch hier und bereits in dem haus hier dort sind wir in der munitionskiste auch das sind nur drei scheiße mopeds sind aber nur drei ich kann verzichten so die zürmer bin das sind ja feiner wo also immer wenn genau was wir machen casino als nächstes haben wir das casino denn anlass drei kilometer weit weg hinten stehen auf jeden fall autos ja ich bin auf dem weg hier das casino ich bin bei autos die teile ich will sie im nächsten flieger raus aus polinien sehen ich hoffe wir haben genug sprit wir sollen ein bisschen aufräumen ich will automatisch bitte zerstören so ein bisschen action machen